hey moin freunde was geht hier ist euer rap Marek und ja ihr habt ja gehört KT on a Glitch hat wieder übertrieben wir haben für euch nonstop diese eine spezielle Mission gehostet die von Matikor im Namen weiß ich jetzt gar nicht auf jeden fall haben wir das wirklich pausenlos gehostet ich hab das pausenlos gehostet ich hab das eine Stunde lang gemacht und irgendwann war auch bei mir natürlich die Luft raus und ja natürlich machen wir das ganze auch sehr gerne was ihr jetzt beachten müsst wenn ihr das gehostet bekommen habt von uns erstmal ihr müsst diese Mission spielen damit das bei euch gespeichert ist und wenn das gespeichert ist findet ihr das indem ihr auf Start geht und dann auf Job hosten und dann sollte es unter Rockstar also erstellt von Rockstar und dann auf Mission und dann sollte es die zweitletzte sein da sollte die zu finden sein so ist es natürlich bei mir ähm ja wir machen natürlich sowas super gerne für euch ihr seht jetzt auch gerade im Hintergrund also ich hoste wie verrückt ich mache das auch so dass ich den einen dann hoste dann lade ich die Leute ein also das mache ich natürlich nicht einzeln weil das wäre zu krass mach natürlich auf Schnellstart und wer als erstes auf Beitreten drückt der hat natürlich Glück wer nicht das Glück hatte von mir das gehostet bekommen zu haben der hat nochmal die Chance morgen falls das ganze noch also noch nicht gefixt wurde morgen hat derjenige die Chance morgen ich werde das ganze dann morgen mit meinem Team noch posten und dann dürft ihr gerne natürlich nochmal dabei sein äh wichtig ist nur ihr müsst uns da werde ich mir aber morgen was einfallen lassen weil heute Abend wird das 100% nichts mehr ähm ich werde mir was einfallen lassen wie ich weiß wer da Bock drauf hat ich glaube ich werde einfach mal wieder in der Lobby einladen und dann hosten was das Zeug hält aber auch wieder nur eine Stunde weil irgendwann ist natürlich ihr könnt ihr versteht das bestimmt dass man irgendwo mal denn die Lust keine Lust mehr darauf hat vor allem die ganze Zeit hosten 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 das ist irgendwann da kriegt man total ein Flash von man ist dann total down was das betrifft und ähm ja aber sonst ich hoffe es hat euch gefallen dass wir natürlich euch das gepostet haben ähm und äh natürlich auch gehostet ähm ja leider kam Snake damit ein bisschen spät deswegen wartet ihr wahrscheinlich wohl irritiert warum ihr diese Mission nicht habt ihr müsst halt wer dieses Game oder Online die ganzen Mission schon mal gespielt hat der hat es von Anfang an diese äh von Martin diese Mission wer aber nicht so oft Missionen zockt der hat das Problem dass manche Missionen erst noch gar nicht da sind dann braucht ihr sowas wie wir die das euch hosten und sowas machen wir auch ganz gerne für euch ist klar natürlich das ist jetzt nicht wir zwingen euch nicht aber es wäre natürlich wahnsinnig geil von euch wenn ihr natürlich das liked und das kommentiert oder disliked oder sonst was auch vor allem bei YouTube oder so uns da unterstützt mit ein Abo das ist uns ultra wichtig dass ihr ein Abo da lasst weil das ist genau das warum wir überhaupt noch weiter machen es ist wenn man ehrlich ist das ist eine scheiß Arbeit die euch den ganzen Kram zu hosten und äh noch vieles mehr also es ist nicht gerade mal eben so was wir machen und wir machen sehr viel für euch seid doch mal ehrlich wir machen richtig viel für euch wir gehen auch auf jeden einzelnen ein obwohl ab und zu mal ist das wirklich so dass zu viele Nachrichten reinkommen und irgendwann kann unser Admin-Team gar nicht mehr aber wir tun sehr viel für euch es wäre Hammer ultra Hammer wenn ihr uns bei YouTube hilft durch ein Abo oder durch das Teilen vor allen Dingen und auch auf unserer Seite liken und teilen das wäre der Knaller das wäre sozusagen eine Belohnung für uns weil wir euch das ganze gehostet haben und euch das ganze auch noch alles kostenlos alles anbieten dass wir euch wirklich alles zeigen alle Informationen habt und äh noch viel viel mehr denn ähm wir machen das natürlich gern aber wir würden auch natürlich gern auch bei YouTube irgendwann mal vorankommen und äh Snake ist da ein großer Partner von uns ein sehr wichtiger Partner ist nämlich sehr korrekt der Typ mit dem macht das Spaß auch zu zocken auch so an Rande von den ganzen Videos aber wir wollen ja nicht immer auf Snake angewiesen sein bei allem und äh deswegen wir wollen auch gern bei YouTube auch so ein bisschen mitmischen wollen und das wäre natürlich klasse wenn ihr uns dabei unterstützt mit einem Like und Abo und Dislike oder sonst was Bewertungen sind ultra wichtig um irgendwie halt äh naja um irgendwas zu verbessern wenn ihr aber natürlich haten da reagiere ich sehr ehrlich drauf ich hasse Hater wie die Pest und wenn ich das nur sehe kriege ich schon Aggressionen und dann natürlich möchte ich die am liebsten auch gleich blockieren weil das gar nicht geht weil das ist das ist einfach nur Scheiße dann wer hatet weil wir geben uns Mühe wir machen den Scheiß voll in unsere Freizeit Freizeit ist down deswegen und da wird auch noch gehatet was das Zeug hält das geht gar nicht so ich hoffe euch hat das Video gefallen und äh ich hoffe natürlich dass ihr wer nicht die Chance hatte heute morgen dabei ist wir werden da irgendwas posten so das war's jetzt haut rein und macht's gut bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal